Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir freuen uns, dass wir so zahlreich erschienen sind. Ja, die Stadt kodiert. Ein Projekt der Digicamp Media-Defstadt in Trägerschaft des Schauspielhauses e.V. und Theaterfabrik von Theater und Philharmonia Thüringen. Gefördert aus den Mitteln der Europäischen Union und der Gemeinschaftsinitiative Urban 2, GERA 2006. Also, wir haben hier eine Navigatorin und jetzt wird es etwas interaktiv und Sie müssen der Navigatorin einen bestimmten Weg erklären oder beziehungsweise, jetzt öffnen wir mal die Stadt. Ah, so sieht das aus. Das ist der Tag, wie es Leib und Leib lebt. Leib und Leib. Ja, und hier an diesem Bild sind ganz viele Codes versteckt. Zehn, um genau zu sein. Reicht aber schon. Ja, und diese Codes müssen Sie... Dafür haben wir unsere Navigatorin. Sie tut mit diesen kleinen tollen Kästchen herumwackeln, also schieben und Sie möchten ihr sagen, wie wo die Codes stecken können. Und da haben wir auch schon einen Codes. Codes, eine Mannerei, wurde gefunden. Was seid ihr? Ein Fahrschein. Ach, sehr schön. Codes, eine Mannerei, wurde gefunden. Das sind vier. Vier! Ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein! Yeah! Das ist ein Super-Fall-Fall! Super-geniale Videogruppe! Mario, ich bin für dich! Sieg auf diese Fototextgruppe! Ich habe diese Fototextgruppe! Ich habe diese Fototextgruppe! Ich habe diese Fototextgruppe!